Auf der Strecke, auf der er bisher am meisten Erfolg hatte, hier könnte er jetzt zum dritten Mal triumphieren. Und zum ersten Mal in dieser Saison und mit diesem Sieg, der noch eine Kurve entfernt ist, hier die ganze Boxengruppe. Jawohl, es ist geschafft. Tom Lüthi gewinnt den großen Preis von Frankreich. Jubel auf, medailliert und antritt.